Wenn Sven Schmalfeld pfeift, dann hören alle hin. Denn Schmalfeld ist Schiedsrichter, Handball-Schiedsrichter bei Jugendspielen. Und das trotz einer geistigen Behinderung. Ja, ich bin der erste beendete Handball-Schiedsrichter in ganz Deutschland. Und das freut mich richtig. Und wo ich das gehört habe von Max und von vielen anderen, Mensch, wo ich das letzte Pokal spiele, war ich ja auch hier, um zu gucken. Und da meint sie, Mensch, bist du nicht der Handball-Schiedsrichter-San? Ich dachte, ja, finde ich. Da haben viele Sprechen, die mich schon an zum Abend vor. Und das finde ich sehr, sehr gut. Der 22-Jährige genießt seine Zeit auf dem Parkett. Sein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit half ihm dabei, Schiedsrichter zu werden. Statt der üblichen schriftlichen durfte Schmalfeld eine mündliche Prüfung ablegen. Mit Erfolg. Ich sage ganz ehrlich, ich bin stolz, dass ich das geschafft habe. Ich kann mir zweifeln. Ich fahre schon nicht so hoch, wie ich das so haben wollte. Ich fahre immer Stück für Stück, dass ich das Lambs im Hof bekomme. Sven Schmalfeld ist durchaus ambitioniert, auch wenn er nicht alleine pfeifen darf. Zu groß wären die Diskussionen nach Fehlentscheidungen. Deswegen ist sein Mentor, Trainer und Freund Max Rohde immer dabei und unterstützt seinen Schützling nach Kräften. Das ist auch menschlich viel, ein wahnsinniger Schritt in die Selbstständigkeit. Er kann entscheiden, er muss entscheiden, hier weiter kann er sich nicht drücken. Schmalfeld hat den Schritt gewagt, trotz der Skepsis vieler Außenstehender. Er lebt seinen Traum und ist längst ein Vorbild für alle geistig Behinderten. Das ist, weil es ganz deutsch am Sinn ist und das freut mich richtig. Das macht mich mehr Kraft beim Pfeifen. Kraft und Stärke hat Sven Schmalfeld mit seiner Entscheidung, Schiedsrichter zu werden, bewiesen. Vor allem aber macht ihm die Aufgabe Spaß. Mit Mentor Max Rohde an der Seite wird Schmalfeld seinen Weg als erster geistig behinderter Handballschiedsrichter sicher weitergehen.